Servus und Willkommen zu der neuen Folge von GetHindyHorizon. In der heutigen Folge wollen wir hinten an unserem Chemiewerk weiterarbeiten. Da habe ich jetzt mal schon die ersten Pipes gelegt. Nehme ich auch gleich was mit. Und zwar, ich bräuchte bitte die Supertanks. Ich nehme mal gleich alle vier mit. Und ich bräuchte... Bräuchte, ich bräuchte, ich bräuchte, ich bräuchte noch was. Genau, Pipes. So, und jetzt ist halt die Spechle... Ne, Pipes sind da. Das sind 1600 Liter. Das sind 2560 Liter. Und Stainless... Hey, Stainless, die ist mir eigentlich zu teuer. Ich hätte mal gesagt, ich lasse mal... Ich mache mal normale Pipes. Ich brauche... Ich brauche zehn Stück. Wobei, ich brauche es zweimal. Ne, mach mal gleich. Mach mal gleich einen kompletten Stack. Ach. Nicht... Kleckern. Glotzen. Und ruf. Mach mir Pipes. Ja, weil... Mit den schönen Pipes... Dann... Können wir nämlich jetzt dann sozusagen den... Okay. Pipes dann soweit auch hinlegen, dass wir dann halt in den Supertank reinfüllen. Da kann der hinten weiter produzieren. 21 Stück. Das wird hoffentlich reichen. Äh... Wenn ich schon hier vorbeilatsche. Einmal... Ja, genau. Die leeren Tin-Cans kommen hier rein. Und die vollen kommen in die Canning-Maschinen. Ist klar. Ähm... So. Danke. Er hat auch wieder richtig verloren. Denn wir haben... Genau. Das muss ich euch am Anfang erst einmal zeigen. Bei... Wir bauen ja auch offline weiter. Äh... Wir werden es jetzt auf jeden Fall so machen. Äh... 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 Wenn... Ich werde auf jeden Fall... Äh... Wie gesagt... Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit das wir haben. Das wir das vorbereiten können. Dadurch, dass wir mittlerweile alle am Wochenende nur noch Zeit haben. Und dann unter der Woche sozusagen, äh... Kleinstarbeiten machen. Oder Brudelarbeiten, wo man sich nicht mehr... Wo man mal sagt, okay, man macht mal eine halbe Stunde. Was oder so. Ist das kein Problem. So. Ich habe hier schon mal aufgefüllt. Und ich habe hier mal ein Gebäude hingestellt. Und zwar, das, äh... Gebäude habe ich euch schon mal erklärt gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, es ist, ähm... Es ist einfach nur die Wände hochziehen. Und es ist einigermaßen viereckig. Äh... Das Gebäude ist hier noch zu lang. Da war ich zu... Äh... Euphorisch. Hab gebaut bis zum Junk. Ende. Ähm... Wird aber hier, äh... Abschließen. Und das wird dann die Wand... Wird von hier nach hier wandern. Wenn wir mal so weit sind. Denn... Wir haben jetzt dann hier den Bereich, wo wir unsere... EBFs hinstellen. Wir haben schon gesagt, dieser hier. Also der wird jetzt dann demnächst auch anfangen zu wachsen. Äh... Wird dann, äh... Der Standard-EBF werden für... Unsere Hauptmaterialien. Also das heißt, Stainless Steel, Steel, Alu... Ähm... Und Titan und was noch danach alles kommt. Das wird der hier, weil der hier sozusagen Oxy und... Äh... Nitrogen dauerhaft verwenden wird. Und der hier, der wird dann irgendwann kommen. Und das wird dann der sein, der die... Äh... Maserator, Zentrifugen. Und dann, äh... Geht es erst mal in die Weiterverarbeitung. Ähm... Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt hier... Äh... So macht, ob ich die ganzen Ohrs hier hinten reinpacke. Oder unten. Müssen wir... Müssen wir uns auch noch überlegen. So, dann haben wir hier dann dasselbe irgendwann. Da haben wir auch Maserator. Ohrwasher. Und dann kommen hier die, ähm... Sifter hin. Und geht dann auch weiter zur Weiterverarbeitung. Oder zum Einräumen. Dann haben wir hier noch einen Raum. Dieser Raum wird dann wichtig sein für die... Äh... Äh... Ja... Für die nächsten... Für die nächsten Durchgänge. Und zwar hier wird dann entstehen. Die, äh... Der Explosion Compressor. Ähm... Der Vakuum Freezer. Eventuell... Äh... Dann... Dann die, äh... Der Rose Smelter. Also die kommen alle hier rein. Das Smelter wird mehr da hinkommen. Die anderen zwei mehr da vorne. Weil... Die werden ja auch jetzt wichtig sein. Weil wir jetzt dann sozusagen von hier... Nach hier das dann, äh... Verfrachten müssen. Genau. So. Und dann kommt es halt dann hier drauf an. Wie wir das jetzt dann hier halt, äh... 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 Aufbasteln. Dass wir mal sagen. Okay. Wir haben jetzt dann hier... Eine komplette... Eine komplette Front dann... Mit vielleicht den Ärzten drin, beziehungsweise... Äh... Zweiten Nachverarbeitung. Und da vorne haben wir das dritte Nachverarbeitungsgebäude. Eventuell. Eventuell. So. Genau. Ähm... Dann... Machen wir noch einen Gang nach vorne. Dann... Da werden wir gleich jetzt dann hin marschieren. Du bist schon wieder leer. Wahnsinn. Wir müssen nach unten. Aber er ist schon einigermaßen wieder. Das Schöne ist, wir sind ja auch schon mittlerweile einigermaßen bereit, in die nächsten Supertanks zu gehen. So. Und man sieht momentan hier noch einen Durchgang. Der wird irgendwann hier verschwinden. Dann, das ist der Durchgang zum Chunkloader-Bereich. Habe hier eine Treppe. Das war mal meine kleine Wochenendarbeitsung ungefähr. Denn wir haben jetzt hier komplette Tunnels raus... Äh... Oder ich habe jetzt da Tunnels rausgeschlagen. Und dann haben wir jetzt dann halt hier immer wieder die Chunkloader oder World Anchor. So. Wenn ich jetzt hier mir F9 angucke. Gehen wir nach vorne. Zu dem anderen. Weiß dem ist jetzt zwei da. Die sind aber noch nicht on. So. Da ist der andere. Und der steht jetzt schon mal richtig. Und zwar... Ähm... Hier wird irgendwann das Redstone-Signal ankommen. Dass ich, äh... Sozusagen oben in irgendeinem Gebäude... Ähm... Schalten kann. Also das heißt, ich habe irgendwann ein kleines Gebäude, wo alle möglichen Redstone-Kabel hinführen. Die dann, äh... Äh... Ja, sozusagen für mich die... Ähm... Relativ Wurst. Weil, äh... Äh... Dann werden die dauerhaft anzeigen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel hinten an der Raffinerie arbeite, Muss ich den hier anscheiden. Beziehungsweise eigentlich schon den vom Kraftwerk mit, also den fordern. Äh... Damit ich hinten weiterhin Strom kriege. Und da ist für mich jetzt auch noch beim Ausbau. Ja, also es ist ein bisschen tunnelmäßig gebaut. So, wir machen mal die, äh... Die, äh... Die Borderlines wieder aus. Ähm... Dann haben wir dann noch was überlegt. Das heißt, äh... Das ist jetzt komplett mit der Ebene. Dann haben wir momentan noch vorne offen gelassen. Das ist jetzt komplett auf derselben Ebene, wie die... Äh... Versorgung, Versorgungsschächte im unteren Bereich. Weil jetzt sind wir unten. Das heißt, hier die Treppe, habe ich nach oben. Das heißt, hier kommt dann ein Schacht nach unten. Der ungefähr genauso groß ist, wie der... Wie der Gang. Dass wir dann auch noch unterhalb... Äh... Von diesem Bereich auch das machen. Weil wir werden das unten... Genau so brauchen. Welcher... Wenn irgendwann hier Golems arbeiten sollten. Oder, oder, oder. Also, das wird auf jeden Fall... Äh... Noch was zu machen sein. Und dieser Bereich hier. Der wird nochmal ein Stück hier nach unten sinken. Und zwar um... Drei bis vier Blöcke. Haben sie sich schon gefreut? Weil das heißt, wir haben noch mehr zum Ausheben. Hm. Ja, aber der Hammer freut sich, weil dann levelt er. Genau. Das ist jetzt halt das, was jetzt noch so nebenbei ist, weil... Das haben wir halt leider festgestellt, das ist jetzt unser wichtigstes Projekt mit, dass das läuft. Wir haben auch schon, also die Planungen sind schon etwas weiter. Wir haben schon gesagt, also die nächsten 100 Folgen haben wir keine Probleme... Äh... Äh... Was, äh... Zustande zu kriegen, weil wir brauchen die Raketen für die nächste Tierstufe. Das sind wir, das sind wir, äh... Äh... Das haben wir im Hinterkopf. Dann, äh... Haben wir im Hinterkopf, dass wir die Junkloader automatisieren müssen. Ähm... 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 Dann haben wir natürlich im Hinterkopf, dass unsere Erzverarbeitung verläuft, dass unsere... Ähm... Das Wasserkraftwerk, äh... Äh... Einmal diesen Raum und eventuell sogar noch einen dritten, damit ich das, äh... 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 Distilled Water herkriege, wenn wir da, äh... Massiv an Erze reinhauen. Äh... 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 Und das werden wir, und das wird das Ding nicht packen. Also habe ich mir jetzt schon überlegt, dass wir den Raum hier auf LV lassen. Und hier hinten wird dann ein MV Raum entstehen, äh... 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 Der dasselbe macht mit MV. Der braucht momentan, ich glaube, zwei Sekunden, um destilliertes Wasser herzustellen. Äh... Der andere Raum braucht dann, äh... 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 Ja... Weitaus... Weniger. Und, äh... Irgendwann kommt dann unten, in unseren kleinen Keller, äh... Distilled Water... Dann gibt's eine Zelle... Ich bin ja mal total froh, wenn man... Nicht alles sieht. Bei IC2 und GT, äh... Das nicht all gegenseitig anzeigen. Ich hoffe, das hört sich mal. So. Das heißt, äh... Momentan... Werde das in der Distillerie hergestellt, 5 Liter zu 5 Liter in, äh... Äh... 0,8 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt das dann in, ähm... Ähm... MV mach, Dann verwendet er, braucht er ja dann 20 EU pro Tick. Und es braucht nur noch 0,4 Sekunden. Also das heißt, ich kriege dann 2 Stück. Also 10 Liter pro Sekunde. So. Im Chemical Reactor geht, äh... Geht's zwar auch... Über Heterogen und Oxy... Können ich das eventuell auch noch einspeisen. Aber... Was halt der bessere Weg wäre, ist halt irgendwann einen Distillation Tower haben. Mit einer Höhe von 1. Und da kann man sich ja dann unten 2 Stück hinstellen. Oder auch meinetwegen 4. Ist das Schnuppe egal. Und, äh... Die Dinger dann laufen lassen. Und die kann man ja auch übertakten. Ja? Und das heißt, die hauen dann 260 Liter raus. Und das ist dann, äh... 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 Besser für das Netzwerk dann. Wie gesagt, und dann werden die oberen Räume halt nur noch so weit so sein, dass sie dann zuschießen müssen, wenn die unten das nicht mehr hinkriegen. So. Okay. So, wir haben die Pipes. Ich hab die Länge noch einstecken. Das wollen wir noch schnell auf. Okay. Mal wieder eine Viertelstunde philosophiert. Hallo du da oben. Ähm... Wir werden es ja auch jetzt... Ich bin ja auch schon beim Planen von Laternen. Weil, äh... Hier einfach unten auf dem Fußboden fackeln lassen. Nee. Danke. Schaut nicht schön aus. Ich muss nur, ich muss nur halt, äh... Einiges dann noch, äh... Mir im Klaren sein, wie ich das machen will. Ich glaub ich da grad Plopp gehört. Ich hab mir da einen Hut. Das Lustige ist nur gerade, ich seh, äh... Jetzt räumt er mir die ganze Zeit die... Ach, das war das Plopp. Er räumt mir die ganze Zeit die Steine jetzt wieder hin. Das hat er vorher nicht gemacht. Aber ist egal. So, auf jeden Fall seht ihr hier meine kleinen Tanks. Und die sind mittlerweile... Die zwei sind schon mal voll. Hallo Kollege. Danke für die Kohle. Und denn, äh... Ja. Also die Dinger werden noch einen höher. Weil... Schaut ja hier aus. Äh... Die können wir leider nicht näher zusammenstellen. Weil, äh... Die brauchen einen dazwischen. Werde ich vielleicht dann auch hier gleich rüber gehen. Und dann da gerade. Aber diese Pipes, die reichen. Äh... Ich weiß, was ich vergessen hab. Äh... Ja. Wir gehen mal schnell nochmal zur Werkstatt. Ich brauche aus diesem Bereich zwei Pumpen. Ja, wie gesagt, das ist mit dem Essen. Habe ich jetzt auch keine Dinge mehr. Ich habe ja genügend Dosen. Die Küche ist ja auch eins der Sachen, die wir als nächstes in Angriff nehmen. Also wir haben richtig viel noch, äh... In Planung. Bahnhof. Den Bahnhof, den Bahnhof, den Bahnhof wollten wir eigentlich, äh, richtig, äh, gut machen. Es gibt von Enter.io so Teleport, äh, ähm, Strecken. Aber wir haben nicht bedacht, äh, dass die leider nicht die, ähm, ja, dass die nicht die, die, äh, die Leute mit transportieren. Das wäre halt noch richtig cool, wenn man halt so eine, äh, so Art, könnten mir aber mal in die Kommentare schreiben, ob es sowas gibt, äh, ist eine Möglichkeit, dass man sich über Minecarts, äh, in ganz gewisse Sachen teleportieren kann. Es weiß, es gibt diese, äh, diese Portale, aber ich weiß noch nicht, ob Dream die schon mit integriert hat. Und ich vermute mal, dass die, äh, dass die genauso teuer werden, wie die Star Gates. Weil, wer halt, wer halt, äh, lockerflockig, ne, wenn du von mir hingehst und sagst, okay, du hast jetzt, äh, ähm... Du hast jetzt halt eine Schiene und fährst mit der Schiene, äh, dann in den, in das jeweilige Portal. So müssen wir jetzt halt Bereiche erschaffen. Also das heißt, äh, wenn der Bahnhof, der Bahnhof soll momentan, also die Straße hier, äh, macht hier einen Knick und wird dann hier entlang gehen. Ach, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Hier, also das Gebäude wird ja kleiner, äh, das wird hier abgeschnitten. Wenn jetzt wir hier die Erzverarbeitung angeschlossen haben und der EBF, äh, die hinten, die EBFs definitiv sauber laufen. Dass wir die ganze Zeit Stahl und, ähm, Aluminium und Stainless Steel, äh, produzieren können, ohne uns mehr Kopf zu machen. Äh, wird ja sozusagen dieser Bereich hier verkleinert. Und zwar von, äh, hier ungefähr bis zur Borderline von dem da. Also, äh, bis hier. Und dann heißt es, wir haben dann hier einen Platz und diesen Platz werden wir ausnutzen, um eine Bank zu bauen. Wo dieser Herr hier eine tragende Rolle, äh, ähm, äh, hat. Denn dieser, äh, nette Herr wird dann sozusagen die, ja, äh, die Bankgeschäfte leiten. Weil der wird uns die ganze Zeit Endermünzen herstellen. Die dann halt in unser, äh, unterirdisches Bereich gehen wird. Und das werden wir alles mit GT-Pipes machen. Weil, wie gesagt, wir brauchen, GT ruft ja, glaube ich, nur einmal ab. Oder sagt, ja, ich hab Platz frei. Schick. Dadurch, dass wir die World Anchor ja dann haben, kann er die ganze Zeit, äh, haben wir dann oben sozusagen ein Barrel, wo halt, äh, die ganze Zeit, die ganzen Endercoins, äh, oder diese Thaler hergestellt werden. Die 24 Stunden Thaler. Oder irgendwann mal 48 und mehr. Und die können wir dann über die Pipes da unten machen. Aber, das wollen wir sehen, wenn's soweit ist. So, also, jetzt möchte ich erst mal haben, dass das Super Tank hier hingestellt wird. Und, dann wird der Super Tank, soweit schon mal vorbereitet. Jetzt werde ich das, wurde ich hier schon mal gefragt. Ich glaube, aber Import ist immer an. Wie gesagt, ist nicht jetzt das Große. Jetzt ist es verbunden. Und jetzt schauen wir mal an, es wird nicht leer. Gehen wir mal nach oben und sagen, klick drauf, Import. Perfekt. Dann können wir, ich muss ja gleich sowieso wieder runter, hier runterbuddeln. Tag. Tag. So, das kommt auch gleich weg. Auch noch weg. Jetzt wisst ihr auch, warum, dass wir hier immer Erde benutzt haben. Weil Erde kann man schnell wegschaufen. Wenn man auch Steine machen können, dann wären wir nur irre geworden. So, auf jeden Fall haben wir jetzt dann hier unseren Super Tank, der dann noch weitere hübsche Sachen annimmt. Und da wird irgendwann dann eventuell ein zweiter Super Tank dahinter stehen. Das ist dann das Super Tank 2. Und ja, und dann irgendwann nochmal ein Super Tank 3. Und so weiter und so on. So, wir gehen wieder nach oben. So, wir machen das wieder. Das sagen jetzt aber gleich Import. Wobei, ich glaube, dass das jetzt egal war. Genau. So, was man jetzt noch sieht, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, hier steht jetzt dort Steel Fruit Pipe, Fluid Kapazität, Heat Limit, Crack Tech. Und wenn man jetzt dann hier drauf schaut, steht das auch. Fluid Kapazität, Heat Limit, aber es steht noch drunter. Cover on West Side, Electric Pump MV. Also ihr seht sogar dann da, dass das... So, und? Nein, das hat er sich sogar gemerkt, dass ich das auf Import gestellt habe. Perfekt. Also das heißt, jetzt werden diese Tanks hier auch ausgepumpt. Und zwar nicht gerade langsam. Also für unsere Verhältnisse nicht langsam, weil das halt schon MV Pumpen sind. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier eine ganze, ganz Zeit funktionierende Elektrolyzer. Und jetzt müssen wir natürlich noch hingehen und die Zensifuge und den Kompressor anschließen. Und ich bin mittlerweile beim Überlegen, weil Nitrogen wird hier angeschlossen. Aber Oxy muss dahinter. Das heißt, ich werde auf jeden Fall diese zwei Herrschaften nochmal wegmachen. Ach ja, genau. Weiß ich gar nicht. Medium Batterie habe ich jetzt auch mit her. Und ihr seht, ich bin eigentlich in dem Bereich, bin ja nur hier. Aber wie es rausgekommen von hier, nichts mehr hier an. Jetzt machen wir mal schnell den großen Test. Und zwar, wir gehen jetzt erst mal ins Kraftwerk. und machen den hier an und gehen in die Raffinerie und machen den hier auch an. Gehe gleich nochmal zur Werkstatt. Denn wir brauchen noch Kabel. 16 Stück. Das wird wohl hoffentlich reichen. Ach, nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Nehmen wir ein bisschen zu viel dabei als zu wenig. Ich werde gleich wieder kommen und Pipes holen. Da bin ich mir auch schon sicher. Und, äh, wir laufen hinter. Das einzigste ist, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss, welcher Dunkelheit. Einzigste, wo man aufpassen muss, wenn ein Plattenmund kommt. Dann wird's querlich, weil die überrennen einfach ein. Oh. Also wie gesagt, das wird irgendwann nur einfach Shows sein. Wie gesagt, die ganzen Tanks sind dann unterirdisch. Und auch die ganzen, äh, Verbindungen rüber. Weil wir brauchen ja einmal hier eine Hydrogenverbindung. Und wir haben festgestellt, Hydrogen ist eigentlich das Element, was die Raffinerie braucht. Und Oxy und, ähm, ja, ich weiß, ich müsste, ich könnte eigentlich sogar die zwei noch tauschen. Wäre eigentlich vielleicht sogar sinnvoll, wenn ich die tauschen würde. Aber ist egal, ob ich jetzt dann drei Meter, eins, zwei, drei, nein, Entschuldigung, vier Meter, ähm, mehr Pipes brauche, um da noch rüber zu gehen. Wie gesagt, äh, ich werde da aber auch gleich, äh, dickere Pipes dann verwenden, um, äh, also normale Pipes verwenden. Das heißt, wir werden wieder richtig Stahl brauchen. Und wie gesagt, also, wir sind ja hier jetzt bei 50 Sekunden, ne? Ähm. Jetzt haben wir natürlich das Problem, äh, da, 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 Hydro, in. Okay. Electrolyzer. Ganz soweit, bis das mit Wasser genau das ist der hier so das heißt wir haben das und das und der bräuchte normalerweise 100 sekunden also momentan brauchte 50 das ding auf hv hochzuschrauben finde ich im schwachsinn weil wie gesagt weil ich kann an eine hv leitung vier mv dinge an treiben und kann dann vier stück hier hin machen und dann reicht mir das auch wenn wenn er es nicht mehr schaffen sollte das zu verarbeiten das kommt halt dazu jetzt jeder sagt also das ist sofort weg ich konnte nicht mal klicken und das ist nur die kleine pumpe und wie man sieht fällt hier auch der wasserstand ja und das schöne ist halt irgendwann wie gesagt ich habe ein bürokomplex im kopf das wird sozusagen dann die minecraft die minecraft adrex scorpion wie auch immer city wie ich das dann irgendwann mal betitel verwaltungsgebäude und in diesem verwaltungsgebäude das wo dann auch wirklichen wolkenkratzer werden wird werden wird alles drin sein was unsere jeweiligen bereiche versorgen wird also das heißt ich kann dann in einen raum reingehen zum beispiel raum chemiewerk also das heißt es wird es wird irgendwann auch hier sein ich hoffe dass die range ausreicht das ist ja das ist ja auch noch das problem mit der range oder es gibt da vielleicht sogar noch eine andere möglichkeit ja ich könnte es natürlich dann auch mit computern machen muss ich dann halt nur ja die lua lernen herzlichen glückwunsch dass mir deshalb auf dem computer auch angezeigt wird könnte mir dann auch machen aber die statistik wie gesagt kann man ja über die anderen sachen halt auch machen es wäre auch eine idee dass man sagt okay man baut hier hinten also der bahn ihr merkt schon wieder ich habe hier ich habe hier dann meinen meinen weg mein weg geht daher dann habe ich hier hinten ein ende das heißt dann gibt es hier eine teegabelung die teegabelung wird dann hier einen bahnhof errichten der danach in die und in die richtung geht in die richtung sozusagen die tore in die mystischen welt welt hin und hier sozusagen in den bereich der technischen welt es gibt ja auch diese diese oder ich weiß noch dass die kommen werden dass so bücher geben wird wo man in zweit kommt und in ja wie heißt die andere in diese landschaftsdingen ich weiß nicht ob es noch eine mining welt gibt soundcraft gibt es noch eine welt sind schon mal drei mystische weil dann gibt es noch glaube ich die abbauwelt aus x utilities das ist dann noch eine in das ist dann mehr technisch und es muss immer zwei strecken geben das heißt einmal güter und einmal anderes gedöns und ja momentan haben wir diesen wolken diesen diesen krater hier hinten fast schon auserkoren dass da so eine art militärbasis rumkommt und dass da hinten unsere raketenabschlussbasis hinkommt muss natürlich dann militärisch gesichert werden ja ich frage mich gerade wenn du sie gerade sagen meine gigi hat hier eine andere latte ja habe ich mit recht so das heißt wir setzen jetzt mal das hin das heißt ich brauche jetzt erstmal den kompressor ist total lustig ich muss das noch mal sprechen er war hier nichts weil ich hier nichts gelockt habe das ist ja witzig so das heißt ich brauche jetzt mal ein ranch dann kommt dann hier meine zentrifuge hin er erfüllt die ganze zeit wenn einmal habe ich das auch wieder angemacht auto film auto refill auch danke jetzt weiß ich wo das herkommt wieso habe ich das angemacht bin ich irre das heißt wir haben jetzt hier strom wir haben strom das heißt kompressor ich brauche noch 15 das heißt du gehst da rein genau dann brauche ich noch kleine kleine tanks und ich brauche 15 32 reichen wir aus auf jeden fall der tank ist leer einer wie gesagt wir haben wir das meiste dann unterirdisch und es waren auch einige sagen ja ihr macht das so riesen areale also ich vermute dass die dinge auch noch irgendwann bis zum bedrock voll werden da habe ich ganz groß die befürchtung weil das ist momentan einfach nur mv hv vielleicht noch ev gedacht ab ev könnte schon knapp werden wir nehmen mal die 32 da nämlich jetzt mal 4 mit ich nehme jetzt mal von den 64 2 mit ich nehme meine konto jetzt mit ich brauche 15 kann sein dass ich noch filter braucht wir werden sehen so das habe ich das habe ich ich habe das ja die pipes hole ich mir später wenn ich dann den tank füllen will vor allem weil ich ja dann erstmal ausmessen muss will das überhaupt braucht und wie auch immer und sowieso und was was genau genau heißt wir haben jetzt das schon mal alles sauber und wie gesagt wie man sieht also der der chemie bereich ich bin mir nicht sicher wie groß dass der wird ob der jetzt dann noch zwei chunks breiter wird oder ob der einfach drei chance hoch wird oder ob der einfach fünf chance nach und noch weitere vier chance nach hinten geht eine ahnung so auf jeden fall wir haben jetzt schon mal diese 5 m die salen die kommen schon mal da rein weil der soll die ganze zeit luft machen dann hätte ich gesagt brauche ich mal ein bisschen erde ja dann hast du das nicht mehr dann machen wir mal zusammen das heißt du müsstest jetzt auf jeden fall schon mal strom kriegen und arbeiten habe gesagt wir müssen strom kriegen und arbeiten hallo wenn diese unzuverlässigen maschinen man muss nur schimpfen in dieser worte arbeiten an und ihr wisst ja wir haben die jungle oder angemacht und ihr merkt strom geht nicht mehr aus also das wird halt wichtig also dadurch dass wir ich kenne halt sehr viele die wenn gt spielen die machen das alles klein aber irgendwann braucht man es natürlich auch in groß und wir bauen halt von anfang an groß das heißt wir wollen jetzt auf jeden fall dem item output auch an machen das heißt jetzt geht das in die zentrifuge das heißt hier brauche ich jetzt eigentlich schon mal nichts das heißt ich brauche auf jeden fall den kleinen tank wenn dann hinten ja ich habe da ein kleines denkproblem wobei nein habe ich nicht ich kann den tank hierhin machen und hierhin machen ja das weiß ich darum habe ich jetzt auch gerade wieder weg gemacht das heißt nämlich nach hinten gibt es dann den item output und ja das ist jetzt gerade genau mein 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 denken genau so er hat er hat die richtige zelle nach hinten verfrachtet jetzt brauchen wir die conduits und zwar die conduits brauche ich jetzt dann und nein 14 ein konto brauche ich nur hier und zwar wir haben ja hier gesagt grau also das heißt extract immer in grey ja ich habe das so weit richtig gedacht aber trotzdem falsch aber wie man gerade sieht er darf mir natürlich die leeren zellen da nicht reinpacken das heißt wenn ich jetzt gleich meine zellen durch habe und der ich wieder vier leeren zellen habe werden wir schnell was ändern und zwar ich werde mal den item output ändern das da stimmt so einigermaßen ich muss halt leider aber einen nach oben gehen weil ich diesen tank versetzen muss weil ich hier mit einer pipe raus muss ich brauche da noch eine pumpe also das heißt ich brauche jetzt auf jeden fall einen filter und eine und eine pumpe habe ich noch eine pumpe übrig das heißt das heißt das reicht mir jetzt weiß ich noch nicht habe ich noch einen filter übrig oder muss ich einen filter bauen ich habe noch einen filter übrig das ist super ich habe noch einen filter übrig das ist super okay so habe ich alles hoffe ich musste schon mal alles dabei auf jeden fall habe ich gesagt dann nehme ich würde auch schon mal nitrogen und oxy voll laufen und habe keine bedenken also ich habe er der bedenken dass ich dieses zeug hier mehrfach aufbauen muss dass ich es hinkriege so wir haben auf jeden fall hier mal einmal eine pumpe nein ich möchte nicht importieren ich möchte exportieren danke dann kommt hier auf jeden fall ein kleiner tanken er sozusagen dahin muss das heißt wir haben jetzt schon mal hier unser nitrogen das wo raus geht das heißt da wird es dann nach oben gehen nach drüben und nach drüben genau und dass man so bedenken habt ihr auch gesehen so momentan habe ich vier empty cell das ist hervorragend das ist das heißt ich brauche jetzt erst mal sich muss ich abbauen dann heißt es jetzt bitte hier dran verdammt ich habe momentan mal die super tanks und die empty cells da rein ich habe keine zellen einstecken aber mir fällt gerade was ein ich mache mal schnell alles schneller genau oder alles langsamer weil ich lesen kann ich bräuchte mal bitte verlehrte zellen das stück lager beziehungsweise ich bin ja ein oder erste güte wir haben hier keine das mal eine noch mal werkstatt eine habe ich sechs stück das klärglas kann ich mal schnell weg räumen ich brauche mal schnell gesagt 20 stahl und ich bin im platz jetzt dass ich das auch noch reinkriegt eine ich bin ja ich bin da rein wieder raus auch wieder raus danke eine pumpe wo ich gebaut habe weil ich sowieso brauchen aber nicht an der position wo ich es gerade habe sondern an der anderen position Problem ist es nur gerade ja, ich muss ein bisschen ich muss ein bisschen Nitro her schenken oder momentan sind die ich vorhin da reingeschmisst mal durch ich glaube du gehst nach unten statt nach oben ja, ich mache das jetzt ganz einfach weil wir sind jetzt schon fast bei wir sind schon wieder bei 50 Minuten ich werde den jetzt so oft laufen lassen dass das Nitro da draußen ist und dann werden wir hier beim nächsten Mal äh, fleißig weitermachen äh, wenn es dann darum geht das hier richtig aufzubauen ja, das heißt, äh, wir vertagen das auf die nächste Folge äh, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare wenn euch die Folge gefallen hat lasst mir einen Daumen nach oben da dass der Algorithmus mich etwas nach oben bringt dass noch viel mehr äh, freundliche Menschen wie ihr äh, meine Videos kennenlernen und dann gibt es nur noch zu sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao, ciao 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 ciao